Herzlich Willkommen zum DropFilm Talk, unser heutigen Review von Yesterday. Yesterday ist, wie man am Titel vielleicht schon erkennen könnte, einer der berühmtesten Beatles-Songs und um die Beatles geht es auch in diesem Film. Hamish Porterer spielt Jack Malick, der ein Musiker ist, der versucht irgendwie seine Karriere in Gang zu kriegen, aber irgendwie hat er nicht so wirklich Erfolg und dann eines Tages stürzt er mit seinem Fahrrad in einem Busunfall und wacht aus dem Kummer wieder auf und spielt dann das erste Mal einen Beatles-Song auf einer neuen Gitarre, die er bekommen hat und es zeigt sich schon, die Leute kennen die Beatles auf einmal nicht mehr. Was halt, sag ich mal, eine gute Situation für ihn ist, da er die Songs der Beatles dann aufnimmt beziehungsweise in ein Album bringt, woran er sich erinnern kann und dadurch zu Ruhm und Ehre auf der Welt kommt und nur, sag ich mal, Spoiler Alert an dieser Stelle, deswegen auch Spoiler Talk, nur zwei weitere Menschen jedenfalls werden dem gewahr, dass die die Beatles kennen und sich natürlich erfreuen, dass Jack dann halt diese Songs rausbringt. Ja, also wir werden halt, wie gesagt, diese ganze Story zum, sag ich mal, der Ruhm, es geht hier viel um Ruhm und Jack, wie er immer größer wird, aber sich nur mit Hilfe der Beatles-Songs helfen beziehungsweise damit den Ruhm erlangt und dann haben wir nebenbei noch eine Love-Story mit Lily James, die Ellie spielt, die er schon seit Kindheitstagen kennt und dem man nicht so ganz irgendwie gewahr wird, dass sie ihn liebt und er sie eigentlich auch liebt. Und das ist auch das Problem des Films, dass die große, zeitlose Beatles-Story so in den Hintergrund gedrängt wird und nur als Mittel zum Zweck benutzt wird, um berühmt zu werden, um vielleicht Liebe auszudrücken und dann kommt, wie gesagt, diese Liebesgeschichte noch rein ins Spiel, die noch mehr von den Beatles ablenkt. Wir haben ab und zu mal, wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten, die wieder die Sache versucht zurückzuholen zu den Beatles, aber es gelingt eher schlecht als recht. Dann haben wir die Managerin, die von Kate McKinney gespielt wird und die verdeutlicht sehr stark, was dieser Film eigentlich mit den Beatles macht. Sie sieht nämlich Jack Malick als Produkt an. Sie sagt, ja, du bist nur ein Produkt und sie will natürlich damit mehr Geld und bla bla bla. Was dieser Film irgendwie in gewisser Weise mit den Beatles auch macht. Es wird die Beatles, wie gesagt, nur als Mittel zum Zweck genommen, als gewisses Produkt und dabei werden die Beatles als diese Interpreten von großer, großer Klasse und weltweiter Bekanntheit zurückgelassen, sondern eher auf, wie gesagt, die Liebesgeschichte und das Berühmtwerden von Jack Malick fokussiert, was wirklich sehr schade ist. Es gab auch eine Szene mit John Lenn, der in diesem Fall noch lebte, da er nicht erschossen wurde und das ist wirklich interessant gewesen, diesen Aspekt zu betrachten. Vor allem hätte ich mich gefragt, was denn mit Paul und den anderen allen so ist, weil die noch am Leben sind, die hätte man ja gut mit einbringen können und vor allem, was die auch über den Film denken. Ja, meine Bewertung daher 6,5 von 10 Punkten und vor allem bin ich gespannt, was ihr davon oder was ihr von dem Film haltet. Ich bin nicht der größte Beatles-Fan, ich kenne auch nicht allzu viele Songs, aber vielleicht kennt ihr ja mehr oder mich würde auch mal die neuzeitliche Komponente interessieren von denen, die nicht mit den Beatles unbedingt aufgewachsen sind. Also, macht's gut und hinterlasst uns einen Kommentar.